Mitten in den Bergen stieg ein Mann in einem Hotel ab. Im Wirtshaus gab es einen wunderschönen Papagei, der von dem Eigentümer trainiert worden war. Ständig schrie er nach Freiheit. Freiheit! Das war ziemlich komisch. Der Mann, der ein Meister der Meditation war, traute seinen Augen nicht. Es ist schon befremdlich, dass man zuerst einen Papagei kauft, ihn dann einsperrt und ihm dann noch beibringt, ständig Freiheit zu rufen. Wenn der Besitzer ehrlich gewesen wäre, dann hätte er ihm die Freiheit schon lange gegeben. In der Nacht konnte der Mann der Versuchung nicht widerstehen. Er wachte auf, öffnete das Türchen am Käfig des Papageis und sagte ihm, Jetzt sind deine Türen offen und der ganze Himmel gehört dir. Raus mit dir! Der Papagei hielt sich am Käfig fest und schrie immer noch lautstark nach, Freiheit! Freiheit! Endlich sagte der Mann, das ist doch sehr komisch. Die Tür ist offen. Warum hältst du dich am Käfig fest? Er schob seine Hand in den Käfig und holte den Papagei heraus. Dieser wollte nicht und kämpfte gegen ihn, verletzte seine Hand. Doch der Mann nahm den Papagei heraus und warf ihn in den Himmel. Dann ging er zutiefst befriedigt ins Bett und schlief. Das Erste, was er am Morgen hörte, war Freiheit! Er schaute hinaus und der Papagei war wieder in seinem Käfig. Die Tür stand immer noch offen. Außerhalb des Käfigs ist das Leben so weit, dass es einem direkt Angst machen kann. Willkommen in der letzten Folge der sechsten Staffel meines Podcasts. Ich bin Susi von Burnout Coach in Berlin. Und heute gebe ich dir ein Tool mit auf den Weg, welches dir helfen wird, das Licht am Ende des Tunnels im Blick zu behalten. Sollte sich die Krise, in der du steckst, länger ziehen als gedacht? Oder solltest du gerade am Ende einer schweren Krise auf dem Weg zur Startlinie in dein Leben nach dieser heftigen Krise stehen? Corona und Burnout sind beides Krisen, die uns erfahren lassen, dass weder unser Alltag noch wir selbst so in Stein gemeißelt sind, wie wir vielleicht immer dachten. Krisen wie sie verändern uns, weil wir nicht mehr dieselben Menschen sind, wenn wir sie durchlaufen und überstanden haben. Denn erst erschrecken wir uns vor ihnen und später wachsen wir an ihnen. Manche Psychologen nennen das übrigens sogar das posttraumatische Wachstum. Der Weg aus der Krise und aus dem Schrecken über die Krise führt uns also unter anderem zu neuen Lebensabschnitten, die erkundet werden wollen und die dir neues Licht bringen, sozusagen. Eine der schönsten und effektivsten Möglichkeiten, den Weg aus der inneren Krise zu gehen, ist, sich ein neues Ich zu erschaffen, indem wir die neuen Erfahrungen, die wir durch die Krise gemacht haben, ein Teil von uns werden lassen und indem wir sie positiv für uns nutzen. Während deiner Krise hast ja nicht nur du dich verändert und wirst im Nachhinein daran wachsen, sondern ziemlich sicher auch deine Werte, deine Wünsche und die Ziele, die du hast für dein Leben. Um den Krisenmodus, den Schreck, dass es diese Krise gibt oder gegeben hat, zu verlassen und nach vorne zu schauen, ist es mega hilfreich, sich neue Visionen und Vorstellungen für dein Wellbeing, dein Wohlergehen in der Zukunft zu suchen und zu starten. Und dieses Gefühl, dabei bestimmte alte Dinge oder Erfahrungen zurückzulassen, um dich Neuem zu widmen, wird sich dadurch auch automatisch einstellen und dir natürlich ebenfalls helfen, aus der Krise rauszugehen oder die vergangene Krise abzuschütteln. Mit Hilfe meines Tools, was ich dir heute vorstellen werde, dem Vision Board, kannst du dich trotz Burnout-Erfahrung, trotz Corona-Krise endlich wieder etwas mehr als Macher deines Lebens erleben, statt dich ihm ausgeliefert zu fühlen. Und das ist auch genau der Grund, warum ich für die heutige Episode ausgerechnet das Vision Board ausgewählt habe. Ein Vision Board dient der Sichtbarmachung, der Visualisierung all dessen, was du in deinem Leben haben möchtest. Durch Visualisierung erreichen wir unsere Ziele einfacher und schneller, dein Unterbewusstsein unterstützt dich dadurch nämlich viel effektiver dabei, sie in die Realität umzusetzen und zu verwirklichen. Dass Visualisierung uns hilft, unsere Wünsche und Pläne und Ziele besser und schneller zu erreichen, ist übrigens in unzähligen Studien über die letzten 40 Jahre oder so belegt worden. Vision Boards sind eine wundervolle Möglichkeit, deine Träume, Ziele und Visionen im Leben oder für einen bestimmten Zeitraum in deinem Leben, durch Bilder mit Motiven oder Symbolen oder etc. als eine Art Collage festzuhalten und somit viel greifbarer für dich und auch für dein Unterbewusstsein zu machen. Durch dieses regelmäßige Vor-Augen-Führen der eigenen Vision und Potenziale richtet sich dein Unterbewusstsein nämlich auf sie und das dazugehörige Lebensgefühl, was daraus entstehen soll, aus. Dieses Ausrichten deines Unterbewusstseins hilft dir wiederum, Chancen in Zukunft besser zu erkennen, wenn sie sich bieten und mutiger zu sein, sie auch wahrzunehmen. Du bist quasi automatisch fokussierter auf das, was dir wirklich wichtig ist und sparst dir mit Hilfe deines Unterbewusstseins deine Energie dafür auf, statt sie irgendwo unbewusst zu verballern, wo du sie gar nicht haben willst oder wo sie dir vielleicht sogar schadet. Wer sich auf seine gesunde, erfüllende Entwicklung fokussiert, verliert wenige Energie an die auszehrende Beschäftigung mit dem, was du vielleicht sowieso gerade nicht ändern kannst. Corona zum Beispiel, deine bescheuerten Nachbarn oder die Politik der USA und Russland. You know. How to Vision Board Schritt 1 Zuversicht und schöne Lebensaufgaben für die Zukunft in deiner inneren Welt finden. Schaff dir die richtige Atmosphäre Vision Boarding ist eine kraftvolle Methode. Wir überwinden dabei unsere eigenen Grenzen im Kopf, die uns bis jetzt gesagt haben, wie viel Glück wir höchstens haben können. Du arbeitest mit deinen Gefühlen und deiner Vorstellungskraft. Dafür brauchst du zuerst mal einen sicheren, schönen Raum, wo du nicht abgelenkt wirst und du ganz du selbst und mit dir selbst sein kannst. Zünde dir zum Beispiel eine Kerze an. Mach es dir auf jeden Fall bequem. Vergiss nicht die richtige Musik und Snacks und Drinks, damit du dich ganz vertiefen und wohlfühlen kannst. Nimm dir unbedingt so viel Zeit, wie du persönlich brauchst und werde ein bisschen zum Tagträumer. Zück Zettel und Stift, zieh dich für ein paar Stunden in deine Vision Board Höhle zurück und horche genau in dich rein. Was sind deine Ziele und Träume? Wie möchte ich selbst als Mensch sein? Was für materielle Ziele habe ich für die Zukunft? Will ich irgendwo hinreisen? Was sind meine familiären Bedürfnisse? Möchte ich mich beruflich verändern? Wie und in welche Richtung will ich mich persönlich weiterentwickeln? Erlaube dir auf jeden Fall, weit zu träumen. Alles ist jetzt erlaubt und keine Vision ist zu groß für dein Vision Board. Schritt Nummer 2 Visionen ordnen Dein Vision Board spiegelt alle wichtigen Lebensbereiche wieder. Strukturiere sie dir auf einer Skizze und untergliedere später das Vision Board so, wie du es als schön empfindest, in die unterschiedlichen Lebensbereiche wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Familie und Freunde, materielle Ziele, Job und Beruf, Reisen, Hobbys, Aktivitäten und so weiter. Erfinde Lebensbereiche hinzu zu denen, die ich jetzt genannt habe oder lass welche weg. Es ist dein Vision Board und es obliegt allein dir, auf was du dich konzentrieren möchtest und wie viele Bereiche es haben wird. Und wenn du deine Lebensbereiche aufgezählt hast, in die du dein Vision Board untergliedern möchtest später, fang an, die Träume und Visionen und Gedanken, die du hattest, als du in dich gegangen bist vorher, diesen Lebensbereichen zuzuordnen. Wenn du dich also gesünder ernähren möchtest, dann würde das in den Bereich Gesundheit kommen. Oder wenn du eine Weiterbildung machen möchtest, würde das in den Bereich Job und Beruf kommen. Und jetzt kommt der eigentliche Spaß an der Sache. Schritt Nummer 3 Das Vision Board gestalten Such dir zuerst einen geeigneten Hintergrund. Als Vision Board eignen sich Pinnwände, ein sehr, sehr, sehr großes Blatt Papier oder Pappe. Man kann sich auch ein richtiges Posterdesign online und sich das dann als Postercollage ausdrucken lassen. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich immer dazu tendiere, meinen Kunden zu empfehlen, es wirklich von Hand zu machen. Für unser Unterbewusstsein macht es nämlich einen riesigen Unterschied, ob es etwas nur gehört oder gesehen oder eben auch berührt und gespürt und so ein bisschen angekrabbelt hat, sozusagen. Du kannst dir jetzt die Sprüche, Mantras, Schriftzüge, Fotos, alles, was dir so vorgeschwebt ist und was sich gut macht, um deine Träume auszudrücken, ausschneiden oder ausdrucken. Füge aussagekräftige Wörter, Affirmationen oder Zitate hinzu, die dir Mut machen und die für deine Visionen und Überzeugungen stehen. Die meisten Sachen lassen sich bestimmt am besten mit Bildern darstellen, aber wenn du eine kleine Bastelmaus bist, kannst du zum Beispiel auch noch kleine Gegenstände als Symbol für deine Träume und Wünsche und Zukunftsziele mit hinzufügen. Alles ist erlaubt. Und alle Ideen, die du in Schritt 1 gesammelt und in Schritt 2 schon vorstrukturiert hast, kannst du nun mit diesen ganzen Sachen gestalten. Und gönn dir. Dein Vision Board sollte wirklich deine Persönlichkeit widerspiegeln. Das bedeutet auch, dass du dich von einer perfekten Vorstellung von dir und allgemein vom Leben lösen musst. Dein Vision Board darf genau wie deine Persönlichkeit und wie dein Leben wild und bunt und chaotisch sein. Schritt 4 Das Vision Board für dich gut sichtbar platzieren Damit du auch echte Erfolge feiern kannst, sollte dein Vision Board wirklich Teil deines Alltags werden. Häng es also an einer Stelle in deinem Zuhause oder an deinem Arbeitsplatz auf, wo du es täglich siehst. Als Alternative würde sich natürlich auch anbieten, das Vision Board digital zu platzieren. Man speichert es dann als Bild und benutzt es dann als Hintergrund auf deinem Tablet oder Rechner oder Smartphone. Wobei auch hier wieder gilt, in echt und zum Anfassen ist es immer besser. Dein wunderbares, wildes, buntes und vielleicht auch chaotisches Vision Board dient nicht nur als Wegweiser für die Zukunft und deiner Fokussierung auf deine verborgenen eigenen Ressourcen im Unterbewusstsein. Sich mit deinem Vision Board zu beschäftigen, dieses In-sich-Gehen und nach neuen Zielen und Lebensmotivation zu suchen, kann gerade in Zeiten, in denen die Lebensfreude niedrig und der psychische Lärm im Außen sehr hoch ist, helfen, wieder etwas innere Ausrichtung, Lebenslust, Neugier, Motivation und Zuversicht zu generieren. Und noch was. Nach Ablauf des Zeitraums, für den dein Vision Board ausgelegt war, darfst du es auch wieder gehen lassen. Bei mir und den meisten Leuten, die das bei mir im Coaching gemacht haben, ist das ziemlich genau ein Jahr. Aber auch hier sind dir natürlich keine Grenzen gesetzt. Auf jeden Fall, wenn der Zeitraum, den du dir selber festgelegt hast, für dein Vision Board abgelaufen ist, schau dir das alt gewordene Vision Board nochmal an. Du wirst echt erstaunt sein, wie viel von dem, was du für unwahrscheinliche Vorstellungen und schöne Fantasien gehalten hast, wirklich eingetreten ist und wie viele deiner Visions du verwirklicht hast. Und sollte es noch welche geben, die offen sind und die auch in Zukunft noch aktuell sein werden für dich, nimm sie ruhig mit. Auf dein Vision Board fürs nächste Jahr. Einmal wurde ein Zen-Meister zu einem Treffen eingeladen. Ein paar Freunde saßen miteinander und aßen gemeinsam, als plötzlich ein Erdbeben geschah. Das Haus, in dem sie saßen, war sieben Stockwerke hoch und sie befanden sich im obersten Stock. Ihr Leben war in Gefahr, jeder versuchte zu fliehen. Während der Gastgeber entfloh, warf er noch einen schnellen letzten Blick auf den Zen-Meister. Dieser saß, ohne der geringsten Ängstlichkeit im Gesicht, mit geschlossenen Augen auf seinem Stuhl, ganz so, wie er vorher dort gesessen hatte. Der Gastgeber fühlte sich ein wenig schuldig und wie ein Feigling, denn es sah komisch für ihn aus, dass der Gast da blieb und er selbst wegrannte. Die anderen 20 Gäste waren alle die Treppe hinuntergelaufen. Obwohl er vor Angst zitterte, hielt der Gastgeber inne, drehte sich um und setzte sich neben den Meister. Das Erdbeben war gekommen und verschwand auch wieder. Der Meister öffnete die Augen und begann, in seiner Unterhaltung vorzufahren und er fuhr genau mit dem gleichen Satz fort, so, als ob es das Erdbeben überhaupt nicht gegeben hätte. Er war in der Zeit, der Gastgeber war wirklich nicht in Stimmung, ihm zuzuhören, denn sein ganzes Wesen war tief erschüttert und immer noch voller Angst. Obwohl das Erdbeben jetzt schon vorüber war, hatte er Schwierigkeiten, sich zu beruhigen. Er bat also den Meister, mit dem Sprechen aufzuhören. Ich kann dir nicht zuhören. Ich bin gar nicht ich selbst. Das Erdbeben hat mich zu sehr erschüttert. Aber ich habe eine Frage an dich. Alle anderen Gäste sind geflüchtet, doch du bist so ungestört und so gelassen hier geblieben, dass ich mir wie ein Feigling vorkam. Wir alle versuchten, dem Beben zu entkommen. Was war los mit dir? Der Meister sagte, Ich flüchtete auch, doch ihr seid nach draußen gerannt. Ich bin nach innen geflüchtet. Eure Flucht ergibt gar keinen Sinn, denn wo auch immer ihr hinrennt da draußen, da ist das Erdbeben. Ihr mögt den sechsten Stock erreichen oder den fünften oder den vierten. Doch überall bebte die Erde. Ich bin dorthin geflüchtet, wo das Erdbeben niemals hinkommt, ja niemals hinkommen kann. Ich rannte in mein Inneres Zentrum. Das ist, worauf Lao Tse hinweist, wenn er sagt, halte dich am Urgrund der Stille fest. Wenn dir die Stille einmal bewusst wird, dann verändert sich dein ganzes Leben. Dann kannst du in der Welt sein und immer in Kontakt mit deinem Zentrum bleiben. Du kannst dich in einem Erdbeben bewegen und völlig gelassen dabei sein, denn in deinem Zentrum bleibst du unberührt. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. Wie gesagt, Wachstum ist ein positiver Nachkriseneffekt. Wer eine tiefe Krise durchläuft oder aus einer tiefen Krise kommt, dessen Lebensüberzeugungen ändern sich und auch Probleme werden anders gewichtet. Ein Vision Board ist auch ein bisschen wie in sich selber flüchten zu können, denn du suchst neue Ideen in dir, bei deinem inneren Kompass, in deinem Zentrum, bevor du sie zu Papier und schließlich in deine Realität bringst. Ein Vision Board zu kreieren, erinnert dich nicht nur an alles, was du in nächster Zeit in deinem Leben gerne haben möchtest, sondern auch daran, dass dein Weg trotz Burnout und Schreck über die eigene Verwundbarkeit, trotz endlos zäher Corona-Krise weitergehen wird. Geschützt aus deinem Inneren heraus zu neuen Ufern mit neuen Visionen. Da diese Folge sich wieder nicht nur an Burnout Betroffene, sondern auch an alle von der Zähigkeit der Corona-Krise gebeutelten Menschen richtet, wünsche ich mir nochmal, dass sie geteilt wird, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich wünsche mir, dass sie jeden erreicht, der auf der Suche nach innerer Ruhe, Schutz und Zuversicht ist und ich danke dir jetzt schon für deine Unterstützung. Besinnliche Weihnachten, eine erholsame, visionsreiche und revitalisierende Zeit zwischen den Jahren und einen Start im Flow für 2022 wünsche ich dir. Bis zum 20. Januar, wenn die siebte Staffel meines Podcasts Burnout von der Leichtigkeit des Seins beginnt. Deine Susi Deine Susi Deine Susi